Hallo Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Vor uns sehen wir das rosa Huawei SMP6, das im August zu weiß und schwarz aus dem Juli bereits dazu gesellen wird. So schaut es aus, der Rahmen ist deutlich dunkler als der Rest des Gehäuses, der irgendwie auch so eine Mischung aus weiß und rosa sein könnte, denn es ist wirklich sehr sehr hell. Ansonsten sehen wir natürlich dieselben Anschlüsse, also hier den Lautsprecher und ein Mikrofon, oben Mikrofon und Micro USB Anschluss, hinten die 8 Megapixel Kamera plus Single LED. Hier ist die weiße Version, sieht im direkten Vergleich jetzt deutlich unterschiedlicher aus, als es im Real Life ist. Dort sieht das rosa nämlich nur auf der Seite wirklich sehr 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 rosa aus. Ja, ich glaube ihr habt die Farben jetzt mal im Vergleich gesehen, dieselben Anschlüsse gibt es natürlich bei der rosa und der weißen Version, genauso wie bei der schwarzen. Alles wird zu uns kommen für eine UVP von 449 Euro. Im August, wie gesagt, kommt die rosa Version und schwarz und weiß gibt es ab Juli. Das war es hierfür und für den Vergleich, auf Wiedersehen und danke fürs Einschalten.